Aufnahme beginnt mit Spaß! Okay, das hat nix mit dem Knopf zu tun. Du bist zwar hier draufgetreten, genau in dem Moment ist es angegangen, aber ich glaube das startet einfach, wenn beide hier drin sind. Und ich glaube wir sollten einfach durchrennen, oder? Kämpfen bringt nicht viel. Sicher? Ja, wir sind halt direkt draufgegangen. One-Hit war ich. Fast. Ja, du kannst probieren, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich bekomme halt dauerhaft Schaden. Hier. Wir müssen ja irgendwie gegen den Schaden ankommen. Soll ich das gehen? Ja. Oder hinten, Alter. Ja, scheiße. Ich bin doch nicht sicher, ob wir hier schon rein sollen. Ja! Du bist tot! Danke, Spiel. Danke für die Erkenntnis. Ja, irgendwie muss es ja funktionieren. Warte mal, ich schau mal auf die Map. Wir haben ja schon ein bisschen freigeschalten. Also ich war da gerade unten. Ja, oder wollen wir halt versuchen alles zu töten? Ja, wir gehen langsam voran. Das Problem ist halt, du hast ja gesehen, wir verlieren die ganze Zeit Leben. Ja. Gott, ich werde schon getroffen, was?! Ja, ja. Der ist einfach durch die Tür gepackt. Cool, schon fast tot. Ja, geil. wir bekommen so ultra viel schaden durch den fluch der zitadelle hier unten ist etwas hier ist ein symbol ich gehe da mal hin und schauen ob man damit was machen können die kommen einfach durch die aus den löchern ich glaube nicht dass wir hier die bekämpfen können ehrlich zu sein ich gehe wieder hoch ich glaube wir gehen wie besser oben lang ich gehe hoch und setze hier eine heilung hin in dem gang da vorne links soll ich mal noch das eisen und geht dann hier weiter kommen wir einfach zum nächsten gang sind einige gegner mit die weg machen dann können wir von auch die hinter uns bekämpfen eine hier ist hier sicher das ist doch scheiße so kommen wir da nicht durch jetzt aber schnell da kommt was neues was fliegendes es schreit mich an ich setze eine heilungsschere shit töte es mach es weg ja ich brenne ich bin verstrahlt ich habe alles gerade an mir irgendwie geht meine lebensenergie nicht runter ja die geht immer wieder ein bisschen hoch aber ich hatte auch da eine heilsphäre eingesetzt warte mal was ist das hier können wir da irgendwie draufschlagen macht das irgendwas ihr dürft auf keinen fall ich bin fast ich gehe gleich mach das erstmal ich glaube wir halten uns durchs gegner ja wir müssen die gegner sogar töten ok trotzdem nicht vorrennen wir gehen langsam stück für stück da ist ne kiste da ist ne kiste hier ist loot da links war noch was grünes elixier des schweren wassers ok da ist was hier geht es nicht weiter müssen oben oder unten oder sowas ich weiß es nicht da hier ja jetzt sagen ich kann nicht heilen ich nehme trank und regeneration strank habe ich gerade genutzt ich nehme doch ein herz dazu komm hier rein muss ich da vorne ist ein checkpoint wir sind durch oder ich hoffe es ja was haben wir hier ödland flegel ok schnapp flegel oh plus fünf ist der sogar direkt den schaue ich mir mal an ok das ist der ist an der kette befestigt ok die beiden idioten schon wieder so wie kommen wir wieder raus reisen oder laufen ne können wir da überhaupt noch mal rein ne wir müssen reisen das hat man alles für die waffe gemacht glaube ich dann wohl oder warte mal kann man hier noch irgendwas anderes anklicken ich probiere es grad noch mal aus ja hier hier ist noch text aber das war es auch schon text ich will auch text der erzählt wieder irgendwas von dem hocker ein sehr gewöhnlicher hocker ähm gewölbe verlassen jo das wollen wir machen die sind ja kurz aufstehen woher woche so ein pflege ok das war ja sehr lohnenswert jetzt wieder durch den restlichen kram kämpfen ich möchte ein keks ich möchte ein keks ah hinweis drücke kreis um in die höcke zu gehen das mache ich sehr schön so cool wir sind wieder draußen ja das heißt dann jetzt nach links dass wir ausgemalt auch wieder durch rennen wenn wir es schaffen allerdings ist das wieder dieses problem ne ich halte mich einfach hier an der wand mit unseren 200 prozent agro stimmt da war ja was vielleicht sollten wir das eigentlich auch nochmal überdenken warte mal was war das denn sag grad zu hause wäre da was durch den sand gereist wie so ein wurm wenn wir uns hier links hoch stellen können wir die alle wunderbar einfach killen ach du scheiße ach du scheiße Aua Aua was habt ihr davon das ihr hier so wohnt und uns im weg steht kämpfer nachladen meine lieblingsoption hinter dir ja zauberer und auch noch ja ich bin dann geil mich hat ein zauberer getroffen und dann der berserker von hinten erwischt wir hätten doch noch weiter durchlaufen sollen einfach nachdem er so weit gekommen sind das einfach durchlaufen so einfach durch die richtigen männer ja die kämpfen noch nicht aber da ist er jetzt ein guter start ich habe gerade eine trophäe bekommen du musst öfter mal durch fenster und so klettern das gibt eine eigenschaft hinter uns ist ein bisschen was los ja ja sollen die mal machen ich bin hier jetzt hätte ich gerne granaten oder so da kommt der dicke wieder was zum teufel hat mich getroffen ich bin gleich tot alter das ist doch nicht normal ich habe schon wieder irgendwas rumgesprengt ich weiß nicht was da los ist ich habe heilung das hat spaß gemacht da ist noch ein gegner ach das ist der zauberer ja wo kommt die denn jetzt her wir haben richtig party hier ok kann ich jetzt hier dran doch jetzt zu party zu party ok wo wir erstmal kurz hinter das gebäude da kommt das und 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 natürlich alter das hier hinten sieht vielversprechend aus ja fika als ich meine faust in deiner fresse da faustfresse hier gibt es so wir sind umsonst hier drauf hier gibt es nichts obwohl warte mal hier ist ein symbol an der wand vielleicht kann ich die entschlüsseln oder anfassen da kann man nichts mitmachen da steht bestimmt nur doll dass ihr hergelaufen seid dadurch kann man nicht mehr die gegner erschießen vielleicht geht es aber ich bin gerade zu abgefuckt wegen dem ganzen scheiß hier scheiße scheiße mit der scheiße so alles sieht gut aus darf ich das anfassen ja mach doch einfach mach doch äh magnetkarte nimmt er nicht oh äh soll ich auch meinen finger reinschieben äh ich geh nicht weiter ich glaube das ist nicht gut wenn du da weiter gehst ja sieht aus wie die erde in der zukunft planet der affenzukunft ja ja da sieht aber aus wie planet der rocks ja mann ey ja ich geh jetzt einfach jeden und guck mir das hier an ja ab der jetzt davon moment also da oben ist eine tür aber wie kommt man da hin kommt dann nicht eher wieder raus das kann auch sein ich werde wir müssen da den weg gehen wo die ganzen scheiß fixer sind äh mit den hunden verstehst du mit den hunden äh die mit den hunden 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 das sind hurenhunden hunden hunden ja aber ich bin doch ja ich hör's doch schon so ähm wie löst man dieses ey was vom teufel der hat einen explosierenden pfeil an mich geworfen äh sperr weißt schon die großen pfeile die stange mit spitze ja oh oh es ist schon wieder passiert nein wau wau ja ich mach auch gleich wau ah ich weiß jetzt wie es funktioniert ok du musst mal ein bisschen kurz mit mit gucken ne warte mal ja oh 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 die sind stark ja die sind sehr stark ja die sind sehr stark alter hm okay wir müssen die in der richtigen reinfolge aktivieren das war nicht die richtige reinfolge oh da wollte ich ja gar nicht drauf treten also das erste ist das hier nein die ist noch eine platte runter gegangen hä wurde ich mach gar nichts mehr hier wo ich stand hä musst du aufm weg laufen um die zu aktivieren also du startest hier warte geht ja alle runter ich geh hier runter ich geh hier runter oh man ich bleibe jetzt hier stehen das ist mir da Latte so und jetzt links oder rechts ja das war richtig ja das war richtig muss man mit dem kreis laufen um die alle zu aktivieren das komplette ding oh nein das war falsch ne ich hab nichts gemacht das war nicht falsch die kommen einfach nur nach der zeit scheinbar ok also das ist richtig dann das ist richtig und dann dann das dann das dann das ne das war falsch oh nein schon wieder die was ich hab nichts gemacht ich hab das nicht aktiviert das war der scheiße ok äh ich glaub dafür sind wir noch nicht stark genug mhm 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 oh kacka keine munition mehr ich hab gar keine munition mehr ich hab gar keine munition mehr ich hab nicht gut ich hab nicht gut ich hab nicht gut ja ok dann gehen wir jetzt einfach nochmal hier an den checkpoint oder oh 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 oh